Die Weihnachtsmärkte sind geöffnet, die Häuser liebevoll dekoriert und die ersten Geschenke sind auch schon besorgt. Doch sind die Promis auch bereits in Festtagsstimmung? Promiflash besucht vor wenigen Tagen die GQ Man of the Year Awards in Berlin und hakt bei den VIPs nach. So freut sich Marcus Butler beispielsweise sehr auf die Zeit mit seiner Familie. Kyle McLaughlin plant derweil weihnachtliche TikToks. Die lustigen Clips entpuppen sich für den Blink Twice da, vor einiger Zeit zum Hobby. Die Elevator Boys läuten die Adventszeit hingegen musikalisch ein. Luis, Julian, Jakob, Tim und Bene bringen eine Coverversion des Hits Jingle Bay Rock raus. Im Promiflash-Interview verraten die Influencer mehr zu ihrem Projekt. Was besonders lustig daran war, ist, wir haben den ganzen Song im Sommer aufgenommen, als ich glaube ich draußen 30 Grad hatte. Und es war ein bisschen befremdlich, irgendwie bei 30 Grad einen Weihnachtssong zu singen, aber naja, trotzdem weihnachtliche Stimmung in den Song mit reingebracht, hoffe ich. Die Stimmung ist bei den Jungs also auch bereits etwas weihnachtlich, oder? Langsam geht's auf jeden Fall los. Draußen ist ja schon Weihnachtsmarkt hier, ist der Hammer-Location. Da sind wir auch eben mit Hotpants und weißem Gewand drüber marschiert. Da haben wir auf jeden Fall leckeres Essen schon gebrochen, also durch die ganze Beleuchtung draußen langsam geht's los. Und natürlich durch unseren Weihnachtssong sind wir eh schon drin. Klingt ganz so, als wenn das besinnliche Fest auch für die Promis gerne bald starten darf. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020